Hallo zu Bombercrew und die Nutschel. Ja, so jetzt habt ihr auch Ton. So, rekrutierend haben wir. Flugzeug ist auch soweit. Hier fehlt nur noch Breeze Pink. So, was fehlt uns noch? So, wann wollen wir? Wo werden wir hingeschickt? Sekunde. Das haben wir gleich. So. Zweitnördlichste, also Flügelbombernblitz. Feindliches Sassel. Die bereit sind... Oh, oh. Nicht durf. Komm an. Eieieieie. Puh. Ja, okay. Mission. Starten. So, alle Kampfschächte sind besetzt. So, abweben. So, abweben. Was eben ganz los. Also. So, abweben. Das ist ein axe. Ach delicious. Das ist okay, Adelt. 二 ключ. So, abweben. Ich glaube, das ist nur das Temsil Data. Ich glaube, das ist nur das Temsil, das ist nur das Temsil, das ist nur das Temsil. Ich glaube, das ist nur das Temsil. Die Mission ist schon gescheitert. Ich glaube, das ist nur das Temsil. 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 Ich glaube, das Temsil. Ich glaube, das ist nur 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 das Temsil. Maximal die Rückkehrsperrung wir noch schaffen. Oh Gott! Pilot tot! So? So? So, wir sind gelandet. Ohne Piloten. Gescheitert. Entkommen. Zerstört. Gefallen. Zurückgekehrt. Zurückgekommen. Gefallen. Drei sind gefallen. Drei haben überlebt. Und fokus und rotieren. So, waren doch gar nicht so schlecht. Okay. Die beide müssen... Die müssen so damit überleben. So, der Mechaniker. Soll er als Satzpennot sein. Der Funke. So, das ist dann nicht der. Flugzeug-Crew-Ausrüstung. Tja, hab ich kein Geld mehr für Jungs. Ihr müsst so überleben. So. 100. Schalt. 17. Systeme. Ja, Systeme können wir alle vergessen. Lackierung. Grundanstrich. Und die Grün machen wir mal. Nasengrafik. Gibt's nichts Neues. Machen wir mal Zylinder. Motorenkram. Ah. Typisch. Szene. Kreise. Weil das ja britische sind. Textmitte. Beißer Text. Ah. Ja. Knätschel. So. Nichts ob mal so. Nichts ob mal hier ein... Monitionslager. So. Ja. Diese Aufträge seht ihr. Einen davon seht ihr das nächste Mal. Also bis dann. Tschüss.